Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Oh, hallo! Schön, dass du den Kanal wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Also, ich wollte nur ganz liebe Grüße sagen. Schaut euch das neueste Video von Papa an. Das ist super geworden. Also, tschüss! Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ja, wer ist denn da? Ja, das ist doch der Nachtkrabb gewesen. Das kann ja wohl nicht sein. Was ist denn jetzt? Radias, da geht was. Ich sehe aber leider nichts. Oh, nee. Rad eben ins Tor rein und jetzt hört man hier was. Ah. Okay. Ah, schaut mal da. Da ist eine neue Lieferung gekommen. Ich habe gerade nachgefragt. Übrigens, vielen Dank, dass ich das filmen durfte. Die Bäume, die sollen alle in den italienischen Bereich vom Europapark kommen. Ja, da lassen wir uns überraschen. Danke fürs Filmen. Und einen schönen Tag noch. Martin. Ach Gott, schaut mal da. Da kommt ein Auto aus der Einfahrt von der Anlieferungsstelle raus. Wo fährt der hin? Also, es geht hier wieder was. Ich bin ja so zuversichtlich, dass wir bald den offenen Europapark erleben. Okay. Schau mal da. Der fährt da vom Wahnsinn. Ja. Die neuesten Impressionen. Und gleich kommt noch die Baustelle im Außenbereich für das Freigelände vom Volantica. Viel Spaß dabei. Und bleib bitte gesund. Ich hoffe, ich habe ein paar neue Informationen gebracht. Auf bald. Martin.